Willkommen bei Evita, dem Fitness- und Figurstudio nur für Frauen. Das Evita Fitness- und Figurstudio ist speziell für Frauen, die etwas gegen ihre überflüssigen Kilos unternehmen oder ihre Figur straffen wollen. In nur 3x30 Minuten zum Abnehmerfolg. Das erfolgreiche Konzept begeistert auch diejenigen, die mit Sport nichts anfangen können. An speziell entwickelten Geräten, ohne zusätzliche Gewichte und ohne Stress, verbessert sich ihre Figur von Woche zu Woche. Für einen gesunden Aufbau der Muskulatur. Der Fettanteil schmilzt und ihre Figur wird wieder straff. Die Rücken- und Bauchmuskeln werden gestärkt und aufgebaut. Cellulite wird reduziert für ein strafferes Hautbild. Das Evita-Abnehmprogramm wird von Ärzten und Physiotherapeuten empfohlen. Bewegung und gesunde Ernährungsumstellung wirkt sich rasch und positiv auf ihre Figur und Gesundheit aus. Bei Bedarf unterstützen wir sie bei ihrer Ernährungsumstellung, damit sie stetig an Gewicht verlieren und es auch halten können. Powerstep – kurzes, effektives Training dank Vibrationsplatte. Strafft den Körper und formt die Figur, baut Cellulite ab, verbessert die Durchblutung und noch vieles mehr. Vereinbaren Sie einen individuellen Termin für ein Gratis-Probetraining. Wir beraten Sie freundlich und kompetent. Es gibt viele gute Gründe, zu uns zu kommen. Wir freuen uns auf Sie!